Ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch auf meinem weiteren Spielstand noch nie welche davon auf meiner Farm. Das habe ich bisher immer ganz gut umgangen. Diese waren, glaube ich, zyklisch und hoffen, dass wir bei den Küken nicht nur weibler dabei sind. So und damit gehen wir jetzt gleich mal den dicken sprengen. Dann dürfen wir den Schlüssel kriegen und wir dann mal weiter auf der Karte kommen, wenn wir uns dann mal im Traum weiterzugehen. Oh, 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 oh. Irgendwie die mal eben kurz den Jordan runter. Oh, wir haben einen Schlüssel. Oh mein Gott, ein Hahn. Meiner. Oh, die andere Hühnchensorte will ich auch haben. Komm her. Nein. Komm her. Au. 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 scientifische Erdbeeren. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir haben eine Stonehen. Und wir haben einen Hahn. Oh mein Gott. das ist hier recht leer gleich mal ausnutzen mit den englischen Limes gehe ich noch nicht das wäre was was man anstreben könnte wenn man mal wasser transportieren kann dann kann man das mal machen und immer ein bisschen Futter runter oder nicht schon ein bisschen gemein so bin ich aber voll ich hab ja noch eine eigene Schleimel, die ich versorgen muss ich stille übrigens fest, dass ich das ganze hier versehentlich genauso aufgebaut habe wie meine eigene Farm äh, leider nicht ähm so so ach ja, haben wir ja gar nicht äh ihr seht, hier können wir die jetzt einfach so rausnehmen so ich baue nochmal einen zweiten Garten damit ich nämlich die Frucht, die ich hier habe nicht verliere die haben glaube ich auch einen neuen Baum gekriegt hat die Patch Notes nicht so im Blick so Oh 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 Die Erwartungsvolle, der gerade an den Rand kam. Und dann war die Möhre weg. Der. Selbe Spiegel. Oh Gott, habt ihr den Blick gesehen? Ach. Okay, die will nicht. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal einfach ein bisschen weiter. Bevor das hier noch in Langeweile ausartet. In die Höhle geht's noch nicht. Eh. Ich sehe viele Tabbys. Autsch. Hier ist, glaube ich, auch der Tubby-Boss um die Ecke. Ja, da. Was, Monstrum? Da hinten müsste eine Tür sein. Müssen wir mal eben kurz durch das Angry-Revier hier. Aber ich glaube, das wird nicht so problematisch. Nur weil es eigentlich wirklich gar nicht problematisch war. Na komm. Oh, der Hat-Beat-Fruit. Das ist natürlich noch geiler als die anderen. Mann. Das Inventar schon wieder voll. Da drüben der Steg, der geht. Immer noch nicht weiter, dann gehen wir hier lang. Und da vorne sehen wir ein Tor. Und dieses Tor haben wir jetzt zum Glück auch einen Schlüssel. Ja, das haben sie auch neu gemacht. Das sah vorher anders aus. Damit haben wir jetzt einen neuen Bereich der Karte freigeschaltet. Also man sieht, man kann hier, wenn man möchte, auch wirklich sehr schnell Fortschritt haben. Es kommt etwas Ärgerliches. Wenn wir jetzt hier runterspringen, kommen wir nicht wieder hoch. Dann müssen wir das wirklich durchziehen mit dem Gelände da hinten. Dann finden wir am Ende, glaube ich, einen Teleporter. Und können mit dem dann wieder zurück. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich hier sitzen soll. Ah. Okay. So schlägt mir gleich wieder der Fuß an, aber es geht irgendwie. Okay. Ich würde sagen, wir springen da jetzt runter und gucken uns mal um. Wir werden wahrscheinlich einiges an neuen Schleim finden. Okay. Die eher Kollegen da sind nicht neu. Aber die haben mich anscheinend schon bemerkt. Oh Gott. So wie die mich angucken, wollen die kuscheln. Weg mit euch. Weg. 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 Oh Gott. Okay. Oh nein. Explosionsschleim. Schnell dran vorbei. Ah. Da sehen wir so einen kleinen... äh, so einen kleinen Wasserschleim. Ich will da einen Pup haben. Okay. Okay. Okay, die zweite Habbit habe ich gekriegt. Okay, der muss ganz schnell wieder ins Wasser, dann stirbt der. Ähm. Klatsch. Immer merken, im Wasser ist man immer sicher, weil die halt immer oben schwimmen. Die hier sind halt wirklich... Also die sind wirklich anhänglich und die sind wirklich vom Wasser abhängig. Die können auch in keinem normalen, ähm... Keinem normalen Gehege leben. Die brauchen wirklich dieses Wassergehege. Geht schon gut los. Mit dem Gedanken daran, dass ich gesagt habe, die fressen uns am liebsten, gehen wir jetzt einfach mal ganz schnell. Hier drüben sehen wir auch noch eine neue Sorte Schleim. Das sind diese Honig-Schleime. Hier sehen wir eine andere Sorte von... Dein Ernst? Ich wollte hier gerade was erklären. Nein. Ah, da oben sitzt noch so ein Huhn. Nein, 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 nicht da rein. Ja. Na ja. Ich nenne den mal mit. Wow. Autsch. Ich glaube, hier hinten gab es auch Angry Slime, ne? Oh, geh weg. Nein, geh weg. Nicht beißen. Merken, in solchen Momenten, das Beste, was ihr macht, könnt ihr wirklich einfach durchlaufen. Okay, das sind normale Hühner. Hör mal den Haar. Alter, geh doch weg. Der mag uns nicht. Der Blutgeleck, der mag uns nicht. Ja, komm her. So können wir uns jetzt natürlich irgendwie gegen den verteidigen. Oh nein. Oh nein. Geh weg. Okay. Der dürfte weg sein. Ich würde natürlich liebend gerne die ganzen Hühner mitnehmen, aber... Kann plötzlich im Winter. Und so viel größer kann es im Winter. Ich glaube, man kann nur die Stacks vergrößern. Aber tragen kann man, glaube ich, immer nur vier Sachen. Oh, davon ist nochmal einer. Ich würde gerne seinen Pupen mitnehmen. Oh, der ist, glaube ich, gerade auch zerplatzt. Ähm. Ist halt doch recht wertvoll. So. Oh. Hier können wir bestimmt auch schwimmen. Die Hartflut hätte ich gerne. Danke. Den Rest überlasse ich euch. Und dann sind wir hinten auch schon rum. Denn... Hier drüben geht es irgendwann mal weiter. Und hier ist der Teleport. Wenn ich da drauf trete, sind wir wieder hier. Haben also unser kleines Abenteuer erstmal geschafft. Wir haben Hartfruits, die ich jetzt nicht so voll verwerten kann. Das ist ziemlich ärgerlich. Oh, das sollte ich jetzt nicht machen. Ich habe leider noch kein Silo. Wodrin ich irgendwas aufbewahren könnte. Kann man das hier nicht? Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Nein. Der eine ist raus... Oh, die sind beide rausgeflogen. So. Dann haben wir jetzt auch endlich mal mehrere Hähne. Hier sollte man darüber nachdenken, das Ding auszubauen. Ich glaube... Ich glaube, das ist immer noch ein Duggefahren. Na gut, na. Das war's.